Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt im Kreis Meilenkoblenz. Das im Jahr 1971 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 555 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.